Europa, meine Heimat und ich. Ein Projekt vom Jugendzentrum Bad Aussee und des Jugendtreff Steinach-Bürg, gefördert vom Land Steiermark Europareferat. Wie der Titel schon sagt, bestand das Projekt aus drei großen Themenbereichen. Seht selbst! Die Pizza, das Croissant, das Schnitzel, der Kebab, die Tortillas, die Seen, die Berge, das Meer, die Wälder, die Städte, der Euro, die Sprachen, die Geschichten, die Hymnen. Was macht Europa alles zu Europa? Der erste Teil des Projektes Europa entstand im Sommer 2022 in Zusammenarbeit mit Bianca und Jürie von der Haag Gliedsen, Kevin Steigenberger von den Neos aus Bad Mitterndorf, Hannes Heide, Europaabgeordneter und Markus Plasenzier, Verein Pantasie für Europa und unseren Jugendlichen. Europa sind wir, die Menschen. Der zweite Teil war das Thema Heimat. Dieses setzten wir fotografisch um, beziehungsweise sendeten uns die Jugendlichen ihre Eindrücke aus unserer Heimat. Im dritten Teil widmeten wir uns dem Thema Ich und meinen Platz. Was ist unsere Heimat? Wo sind wir zu Hause? Hört dazu ein paar Ausschnitte. Ich bin meine Heimat. Meine Heimat ist da, wo meine Familie und meine Freunde sind. Mein Sofa. Mein Freund. Mein Leben. Meine Heimat sind Freunde. Mein Haus. Was haben wir erreicht? Über 100 Jugendliche haben sich aktiv mit dem Thema Europa beschäftigt. Wir nutzen die Landkarte, wenn wir über Länder sprechen. Heimat hat nichts mit Grenzen zu tun. Unsere Öffentlichkeitsarbeit erreichte durch Zeitung und soziale Medien ca. 7000 Personen. дел 있어요. Amen. Jetzt sieh' ich wieder...